Entdecken Sie unser neuestes Haus aus der Modulline, das modernes Design mit Funktionalität verbindet. Modernes Design, einfache und elegante Gestaltung auf 18 Quadratmetern. Panoramafenster, ein großes Fenster, bietet atemberaubende Ausblicke und natürliches Licht. Kleine Terrasse, ideal zum Entspannen, schützt vor Regen und Wind. Minimalistisches Interieur, Küche vorbereitet für Geräte Ihrer Wahl. Freiheit und Individualität, Möglichkeit, Möbel an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Funktionales Badezimmer, ausgestattet mit Dusche, Waschbecken und Spiegel. Praktisches Loft, zusätzlicher Platz zum Schlafen oder für die Aufbewahrung. Option, das Haus ohne Rahmen oder auf einem Lift-and-Go-Anhänger zu bestellen. Modularität, Ihr Zuhause wächst mit Ihnen, fügen Sie weitere Module hinzu, um die Quadratmeterzahl auf 36 und mehr zu erhöhen. Entdecken Sie die Möglichkeiten des Modul Line Houses von MobiHouse. Ein Raum, der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Wählen Sie Freiheit und Individualität mit der Modul Line. Kontaktieren Sie uns, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Ihr Traumhaus wartet.